Wenn ich mit Ihnen fertig bin, da können Sie sich sogar aufregen, wenn Sie der einzige Kunde im Postamt sind, zwischen sechs geöffneten Schaltern wählen können und mit einem freundlichen Was-Kann-ich-für-Sie-Tun begrüßt werden. Leg den Sprengstoffgürtel weg, sonst geht es ohne Abendessen zur Steinigung. Schön, wenn man so gar nichts von seiner Regierung erwartet und trotzdem noch enttäuscht wird. Familie, Arbeit, Krieg. Die Augen ganz weit aufzureißen? Ja, ganz weit. Was ist da hinten los? Sind Sie Chinese oder was? Augen weit auf. Was ist das denn für eine Scheißfrage? Natürlich nicht! RTL 2. Wenn man nur eine Minute RTL 2 guckt, sterben mehr Gehirnzellen, als wenn man sich eine Stunde lang ununterbrochen mit dem Hammer auf die Rübe haut. 情況 im Oppositionsform. Man lautet das auch nicht, aber da sind wirklich andere. gone immer noch an. Wie soll ich jetzt sogar auf. Wie soll ich jetzt hier? Wir sehen uns, wie wir hier immer noch ein bisschen länger im Moment visited. Wir sehen uns, wie auch immer wieder. boofe aus der Grübe. Wir sehen uns, wie vor der Tür. Wir sehen uns, wie schon seit fast hier ein paar Barschen,